Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den NHL Playoffs 2021 Konferenz. Semifinals, Teil 2 von Teil 2, Let's Go! Heute um 3 Uhr, Vegas Golden Knights gegen Montreal Canadiens. Das gewinnen die Knights mit 7 zu 2. Dann Donnerstag, Game 2 um 3 Uhr, Vegas Golden Knights schlagen den Montreal Canadiens 4 zu 0. Dann Samstag, den 19. Juni um 2 Uhr, Game 3. Montreal Canadiens verlieren gegen Vegas Golden Knights mit 1 zu 5. Und Montag, den 21. Juni, Game 4 um 2 Uhr, Montreal Canadiens verlieren gegen Vegas Golden Knights mit 0 zu 2. Somit gewinnt Vegas insgesamt die Serie mit 4 zu 0. Herzlichen Glückwunsch zum Finale Einzug an die Vegas Golden Knights. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke, dann nehme ich die. Vergesst nicht zu abonnieren, dann nehme ich die Glocke. Die nicht vergessen aktivieren, da verpasst ihr keine Benachrichtigungen. Bis dann. Ciao.